Die südkoreanische Regierung hat eine zivilöffentliche Delegation für die Wirtschaftskooperation in die Vereinigten Arabischen Emirate VAE entsandt. Das erfolgt als Folgemaßnahme für die beim Besuch von Präsident Yun Song Yol in den VAE zu Jahresanfang unterzeichneten Absichtserklärungen und die Investitionszusage der VAE über 30 Milliarden Dollar. Dabei wurde ein zusätzlicher Vertrag in Höhe von 2 Milliarden Dollar unterzeichnet. Unternehmer aus Südkorea und den Vereinigten Arabischen Emiraten in der Verteidigungsindustrie, neuen Industrien und dem Energiebereich berieten sich. Die Zusammenkunft war dafür gedacht, die Ergebnisse nach der Spitzendiplomatie im Januar zu überprüfen. Daran nahmen nicht nur Unternehmen, deren Vertreter bei der damaligen Reise des Präsidenten dabei waren, sondern auch Firmen aus Branchen, an denen die VAE Interesse gezeigt hatten, teil. In der Verteidigungsindustrie wurde ein 2 Milliarden Dollar schwerer Vertrag abgeschlossen. In anderen Bereichen wird über Verträge im Wert von 9,3 Millionen Dollar verhandelt. Unternehmen in den VAE interessierten sich insbesondere für neue Technologien aus Südkorea. Regierungsstellen, darunter das Ministerium für Handel, Industrie und Energie sowie die Koreanische Agentur für Handels- und Investitionsförderung boten dabei Unterstützung an.